Halli hallo Lüchen und weiter geht's mit die Sims 4 beim Schachspiel Simulator 2020, Low Polygon Schachfiguren, 5. Kochfähigkeit, sehr gut, hör mal auf so gut zu kochen, ich werd immer dicker, was möchtest du machen? Ne, recherchiert wird ja nicht, also wir wollten Objekt verbessern und wenn du fertig bist, darfst du mal die Dusche verbessern, das find ich gut, uh pulsierende Massage-Düsen, wofür sind die denn gut, hallo? Reinigt schneller, Wasserstrom reguliere, vergrößert den Eingangsausgangstrom um schneller zu duschen, was schneller duschen, reinigt Sims schneller. Nehmen wir das Und dann wird's natürlich ein bisschen, äh, Reden üben Bewegfähigkeit verbessern geht immer nicht so nebenbei, weil man das aktiv machen muss und programmieren, wenn man programmiert, macht man das sowieso War bei Sims 3 nicht programmieren? Ich hab aber programmieren auch extra So, dann musst du gleich zur Arbeit, um dir geht's nicht besonders gut, wenn ich schon was anmerken darf Ah doch, Skokett Soll ich das hier nochmal verwenden? Hab ich jetzt eigentlich Honig im Inventar? Oh, Lommisch Altmaterialien Ich hab jetzt Honig Qualität schlecht Äh, kann ich hier nicht verticken? Oh, Lommisch Ja, ich möchte gerne an den Honig verticken, den schlechten Honig, allein das schicken Erstmal keine Arbeitstage mehr, bis wir hier den Lebenstraum erfüllt haben Und das schaffen wir noch So, aber erstmal machen wir jetzt die zwei hier voll Dann darf er sich um sich selbst kümmern und dann darf er wieder weitermachen Achso, die geschicklich fähig Geschicklichkeitsfähigkeit Warum auch immer so Musik kommt? Nein, ich hab keine Zeit für dich, tut mir leid Der Clemens, der Clemens hat Zeit für dich Der Clemens freut sich, wenn du ihn mal anrufst Dann darfst du das hier verwenden Dann darfst du auch gleich Eine nachdenkliche Dusche nehmen Dann darfst du Reste nehmen Dann darfst du ein bisschen hier mit dem Hund spielen Sehr schön Wir können auch mal Tierfutter kochen Kein Tierfutter Jetzt will ich wieder plaudern Ne, aber Jetzt müssen wir noch Charisma erweitern Verwissern Aua, wegen Fiener eingeklemmt Braucht Videospiele Ja, machen wir noch irgendwas Aber erstmal Lebensträumer Oh ja, geh ran Achso, abhängen Nein, ich will einfach nur telefonieren Ich hab bald eine Klatsche, wenn ich hier die ganze Zeit ablehne Wunderbar, du darfst auch hören Im Regenspiel, ne, das ist doch im Regenspiel Kann man denn im Regenspiel, es regnet doch gar nicht Okay, mach's wieder weg Etwas lesen Verbotene Wörter brüllen, das sowieso Machen wir Ne, lesen wir aber nix Brauchen wir momentan nicht Wir kaufen auch kein Mikroskop Wir werden auch nix herstellen Ja, okay, wir werden irgendwann schon wieder was lesen Brauchte Dusche Inspiriert, aha Verbotene Wörter brüllen ist vorbei, ne Super Ja, warten wir einfach mal Du sollst auch essen Ein Buch zu Ende schreiben Wenn wir nicht mal angefangen, ein Buch zu schreiben Find ich nicht gut Jemand das Vermögen vom Haushalt irgendwie sehen Insgesamt Vielleicht muss ich aber in die Welt gehen Müssen wir auch mal angucken, was für Häuser kosten Das wäre eigentlich ne Idee, wenn der hier mal fertig ist Mit Essen Machen wir einfach mal Wir gehen jetzt mal in die Welt Äh, speichern natürlich Rrrrt Hui Okay, und dann gucken wir uns nochmal Die Welt an Die haben wir schon gespeichert Die muss ich alle erst kaufen hier Gucken wir erstmal Was es in der Brindleton Bay auch so gibt Ich könnte ja theoretisch auch Was mir eigentlich auch nochmal gesagt wurde Spielaktionen Grafik Alles super Audio Musik Gameplay Finde ich sogar ganz okay Wenn man die Selbstständigkeit ein bisschen ausstellt Weiteres So, die Menügröße ein bisschen ändern, damit es besser lesbar ist Ja, also das hier ist auf jeden Fall deutlich zu klein Aber so Da müsste ein bisschen mehr sichtbar sein Oder So passt Okay Dann sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr Gerade weil es halt eben 21 zu 9 ist Und wenn man es nicht auf 21 zu 9 Monitoren guckt Oder auf dem Handy Dann, äh, ja Ist das alles etwas klein Habe ich mir sagen lassen So, hier gibt es natürlich auch Häuser Da wohnt ja jemand Was ich jetzt erst gerne mal machen würde Ist Mehr Ein Haushalt ausquartieren Ich mag keine fremden Sims, ehrlich gesagt Sehr schön Das ist frei Was ist damit? Das ist ein Haus Ach, das ist ein Museum Okay Dieses Haus 178.000 Das sieht man doch irgendwie Ja, das Budget stimmt ja gar nicht, wenn man da ausziehen würde Umziehen machen wir noch nicht Baumodus auch nicht Besuchen Machen wir auch nicht Dann haben wir auch Wohngrundstücke Da wohnt auch jemand Okay, ehrlich gesagt Hier würde ich gar nicht mehr hinziehen, glaube ich Könnte ich jetzt auch Häuser platzieren Baumodus besuchen Ja, aus der Galerie, ne? Aus der Galerie könnte ich jetzt Mini-Häuser platzieren Ja, nice Oder Mini-Haus ist für uns sowieso viel zu klein Ne, aber ich würde jetzt gerne mal Gucken, was ist noch Willow Creek Das ist schon eher so die reichen Gegend Museum Die öffentlichen Gebäude hier alles Wohnt ja kaum jemand Groß sind die Grundstücke hier auch nicht, ne? 90.000 Wird keiner leisten Ja Schattenvilla Wir brauchen schon so um die 200.000 Wenn wir dann das Haus kaufen Und uns auch noch einrichten wollen Oasis Springs Mitbewohnergrundstück Okay Trailerpark Alles klar Oh, das sind Villen Ja, das sind nicht mal Villa Bei der Wüste würde ich nur sehr ungern wohnen Newcrest Einfach mal so ein bisschen durchgucken Äh, ist ja alles leer Da ist ja wirklich alles leer Können wir uns quasi selbst einrichten dann Die Magnolia-Promenade Da gibt es ja kaum was Ein Grundstück, ernsthaft? Eins? Wie sieht es in der Stadt aus? Da gibt es Apartments Apartments Wer ein Apartment wäre Ah, mit Hund ist das nicht so gut Nobelviertel Ui, die sind aber gigantisch Die Apartments Küche des Küchenchefs Romantischer Kamin Wer so ein Apartment Hätte ganz ehrlich Durchaus auch was Mit Reinigungsservice Das könnte man sich wirklich mal überlegen Wusste ich gar nicht Oh, das ist ja echt cool hier Richtig cool Wundermünzen und Wichtel Das gefällt mir schon mal ganz gut Ich bin nicht mehr Aber ich bin nicht mehr Müssen wir mal gucken Das ist die Studentenstadt, ne? Die Lindwurm-Villa Nur Universität von Manchester Studenten Achso Okay, dann halt nicht Ja gut, das gefällt mir jetzt nicht so schön Und da kann man auch mal gucken Was es noch gibt Wenn man sich da nicht mal ausgönnt Oh mein Gott Ne, die Teile ist ja direkt hier Das Gedöns auf Ne, dann bleiben wir mal Bei uns Aber ich wollte es mir mal kurz angucken Oder auch mal kurz zeigen Wo wir noch hin könnten Und natürlich machen wir dann erstmal weiter Nachdem die Leute einfach rausgeschmissen haben Einfach ohne Grund So wie sich das eben gehört Und spielen weiter Ui Sprich mit Lieutenant Okay, dein Hausbesitzer Metallanbauer So, das Budget ist Eigentlich größer, ne? Ich meine Die ganzen Möbel hier verkaufen Einiges an Wert eigentlich drüben Würde ich mal behaupten Wer glaubt denn da? Oh, der Herzogalide Gut Wenn er schon vor der Tür steht Ja, weißt du, wir wollen gerade ins Bett gehen Oh, die Treppe wieder runter Aber wenn er schon vor der Tür steht Da muss man auch Hallo sagen Guck mal Zwei Wampen Zwei Wampen Together Ja, das ist eine lustige Geschichte Über das ganze Spiel müssen wir auch noch kriegen Und dann Dann auch mit Handshoker reinlegen Und dann geht's ins Bett Yeah Ich kann kein Buch schreiben Ich kann auch nichts pflanzen Ja, hier, der versteht noch Spaß Und dann schlafen wir Schüss. Darfst übrigens nicht rein. Korinna wäre jetzt mal da aber... Hey. Ich sag es ja. Ich hab's schon mal gesagt. Das ist einer. Können wir eigentlich die Betten verbessern? Tatsache Massage Funktion. Matratzenhärte. Nice. Wir werden auf jeden Fall Sachen verbessern. Was ist denn nächstes? Brauchen wir erstmal die Logikfähigkeit. Und was brauchen wir dann? Logik? Raketenwissenschaftler. Ich wünsche mal Raketen starten und verbessern. Ein Raketenschiff besitzen. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Schicklichkeit schaffe ich? Das schaffe ich auch. Easy. Dafür braucht man nicht mehr Level 10 der Dingens-Fähigkeit, der Programmier-Fähigkeit. 10.000 ist schon viel. Wir können uns schon den ganzen Rest fast leisten. Nie mehr duschen. Niemals erschöpft. Geldbaum braucht man nicht. Erneuerungstrank. All deine Merkmale zurücksetzen. Seltenmüde wäre ja auch schon hilfreich, aber das bringt es ja nicht. Nee, das bringt es nicht. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitte. Ich lege im Bett und schlaf. Du bist hier einfach reingekommen. Hast gezockt und bist wieder gegangen. Aufgestanden. Auf geht's. Biene. So, mal kochen. Hier, Rezept kochen. Ausmannskost wird das Rezept für Rumo kochen. Fleischknochen, Fischkuchen. Rumo, Fleischkuchen. Rumo, ich koch dir gleich was leckeres. Buch zu entlesen machen wir nicht, weil das dauert zu lange. Das Herstellen dauert auch zu lange. Spielkonsore kaufen. Das ist viel zu teuer für so ein paar Punkte. Ja, Corinna küssen. Das ist günstig. Das ist quasi gratis. Dann machen wir doch lieber das. Ich koch dir doch gleich was. Ich bin zu wütend, um das zu tun. Wie lange braucht er seine Logikfähigkeit? Ist ja erschreckend. Sehr konzentriert. Jetzt müsste es schneller gehen. Trotzdem erschreckend. Kannst du wohl noch Reste nehmen dann. Wie lange hält man dieses Fest mal? Ja, Romo, ich koch dir gleich was. Meine Güte. Du musst noch durchhalten, dass ich den Punkt hier fertig habe. Dann hier. Mehrauswahl. Romandik. Mehrauswahl. Küssen. Da drüge ich dir einen dicken Schmatzer auf die Backe und dann mache ich meine Punkte. Nur darum küsse ich dich. Nur für die Punkte. Dachspiel beobachten. Okay, du brauchst kein Schachspiel beobachten. Nice. Oh ja, Honig sammeln. Das mache ich. Oh ja, Schwitspielen. Jetzt komme ich erst mal um Romo. Ich bin aufgelabert. Der arme Rubo. Wer wartet schon? Das ist das beste Essen, das du jemals gekriegt hast. Ist da irgendwie jetzt irgendwas kaputt gegangen? Du wirst dann reparieren. Korinna muss gleich zur Arbeit. Korinna hat die Feinschmeckerkochfähigkeit erworben. Die neuen Feinschmeckerkochfähigkeiten von Korinna ermöglicht es ihr, vielfältigere Mahlzeiten zu bereiten. Je höher der Fähigkeitslevel ist, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Okay. Allein loslegen bitte. Oh, er freut sich. Was haben wir hier? Einen Tierball kaufen, haben wir schon. Ball holen spielen, das können wir machen. Aber erstmal räufst du hier auf. Wegwerfen. Ah, hier doch Blüte kaufen können. Verdammt! 5 tolle 50 Punkte hätte ich gekriegt. Wir können mal an. Lassen wir jetzt noch versuchen Videospiele zu spielen, solange das noch hält. Äh. Nicht übertakten. Los mit dir. Viele spielen. Ah, mit Mods. Dann macht das bestimmt viel besser gleich. Auf 10 Punkte. Oh, hat nicht gereicht. Dann hör auf und ruft den Zuckerlieder an. Das ist bestimmt auf der Arbeit, der hat Zeit. Nice. Hier nicht geklappt. Freundschaft schließen. Nein. Dann zieh ich mal um. Und Honig sammeln. Achso, immer der mit seinen Bienen hat, ne? Oh, den solltest du übrigens reparieren. Mal weil das Essen so gut war. Ah, Tierball kaufen. Nice. Äh. Spielzeug kaufen. Was für ein Ball. Oh. Ein Quickie Quick. Den kaufen wir. Oh ne, Burger. Spielzeug. Wow, was ist das? Den kaufen wir. Bumm. Ich hab doch einen Ball gekauft. Hallo? Muss ich doch einen Ball kaufen. Ball, Ball, Ball. Okay, Entschuldigung. Der Burger war kein richtiger Ball. Der war ein Kriech, Kriech, Kriech. Oh, du musst dann auch mal hier. Schauen wir das Essen aussortieren. Selbstverständlich. Dann Ball spielen. Das. Mein Kriechspielzeug kaufen. Habe ich doch gerade. Meine Güte, ich hab noch eins. Mit dem Kaufrausch. So. Leicht für mich. Heide plündern. Mit Bienen verbünden. Das werden wir tun. Lasst uns verbünden, ne? So. Benommen, weil Stromschlag gekriegt, oder was? Okay. Bienen verbünden. Verbündet euch. Irgendwann werde ich eine Armee aus Bienen haben. Ne, nicht besochen werden. Soll ich verbinden. Klappt das so gut, hä? Naja, macht nix. Nickerchen machen. Gute Idee. Okay. Und das danach, äh. Kann ich das nicht aufmachen. Optimal. Papris Salat. Dimmstank damit. Muss ich glaube ich öfter unterstützen, dann haben wir auch mehr Zeit für andere Sachen. Wunderbar, dann mach am besten mal Sit-ups. Sit-ups. Ne, schau ich mir keine Vögel auf. Wir können hier mal Ball spielen. Mehr Auswahl. Zirk holen für Kumo. Er kam da gerade stinkend nach Hause. Iiii. So, mal Corinna. Ich würde dir empfehlen, eine Dusche zu nehmen. Danach weiter zu essen, weil du ziehst schon Schwaden hinter dir her. Jawohl, ein anstrengender Tag. So. Mit dem Spielzeug jetzt. Ball spielen. Das Spielzeug her. Liebe spüren. Nice. Der ist unter der Dusche angerufen, ernsthaft. Liebe. Höre die Liebe. Ball holen spielen. Das. Ja, nice. Wir stellen nichts her. Und nein, wir kaufen uns auch keinen Basketballkorb. Über Kapitänien diskutieren. Kann man so machen. Über Interessen schwärmen. Corinna. Ob die schläft? Was fällt dir ein? Wunderbar. Kannst du auch selbst eigentlich mal duschen? Schnell duschen? Besser. Und dann ins Bett gehen. Aber ganz ehrlich, es fehlen immer noch 2000 bis zu dem. Meine Güte, das ist wirklich eine Herausforderung diesmal. Ich weiß nicht, bis drei habe ich das irgendwie einfache in Erinnerung gehabt. Und ich finde, ich habe wirklich schon alles gegeben. Das ist doch schon was Geiles für 8000. Für immer frisch. Ich muss niemals duschen. Geld bauen will ich nicht. Selten müde. Weniger Schlaf. Da muss man wirklich niemals schlafen. Niemals erschöpft sind. Wir brauchen keinen Schlaf. Wir sind immer satt. Wir müssen nie essen. Aber wir können trotzdem essen, oder? Niemals schlafen wäre halt das Optimum. Wir sind nie angespannt. Kaum hungrig. Fruchtbar. Aha, aha. Antiseptisch. Klingt viel langsamer. Betörend. Unabhängig. Stahlblase. Die sind viel seltener zur Toilette. Aber die müssen trotzdem noch zur Toilette. Für immer frisches Duschen, ne? Neuerungstrank. Ja, brauchen wir nicht. Selten müde Profi. Brauchen wir auch nicht. Kaum hungrig. Es gibt auch nie hungrig. Hm. 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 Mehr Umfang. Okay. Eigentlich wäre auch was gut für... Genügsam. Niedrigere Rechnungen. Haumlos. Wäre auch gut, wenn man irgendwie schneller... Alle Fähigkeiten schneller auf. Das wäre auch gut. Aber lieber nie schlafen. Machen wir mal Zeit. Nie schlafen. Das wäre echt toll. Auch in echt. Also natürlich, wenn man dann auch dementsprechend nicht müde ist. Weil nur nicht schlafen ist glaube ich scheiße. Nicht müde und nicht schlafen. Das wäre gut. Hat man so viel Zeit, was man alles machen könnte? Wahrscheinlich müsste man einfach 16 Stunden am Tag arbeiten. Das kriegen wir jetzt die Folge noch voll. Dafür stehe ich beim Namen. Wir haben keine Reste mehr. Nein. Wir machen schnelles Essen. Hast du noch was? Cerealien. Käsecracker. Bop, 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 bop. Haben wir hier? Ja, Geschicklichkeitsfähigkeit nochmal. In ein Tagebuch schreiben. Haben wir ein Tagebuch? Wo sind denn die Notizen? Gab es denn die Notizen oder so? Schon lange könnte er nicht je mehr bekommen. Fällt mir gerade so ein. Unverschämtheit. Ein ärgerliches Häufchen machen. Okay. Das darfst du machen. Ein ärgerliches Häufchen machen. Tagebuch, keine Ahnung wo das ist. Und dann spielst du Schach. Wunderbar. Vielleicht auch erst Kaltuschen. Projekt nochmal Punkte und dann spielen. Wunderbar. Okay, dann rufst du nochmal ein Zuckerlider an zum Plaudern. Plaudern mit Zuckerlider. Ey, ich schlafe. Ruf später nochmal an. Es ist 2 Uhr nachts. Was willst du denn? 2 Uhr nachts. Da stehen wir gerade erst auf. Äh, beziehungsweise. Da ist man noch wach. Komischer Rhythmus, der Zuckerlider. Das schaffe ich jetzt noch. Ich habe noch 1,5 Minuten bis die Folge zu Ende ist. Die Statistiken sehen gut aus. Obwohl der Hunger gegen mich spricht. So, in Not müssen wir noch... Hm. Nicht ja eigentlich. Ja, so viel Geschicklichkeit habe ich gar nicht. Oh ja. Konzentration hilft mir natürlich. Wenn wir einfach eine schöne Mahlzeit essen. Und einfach mal ein paar Chips in uns rein... Donnern. Denn was ist bessere Nervennahrung, äh... Hirnnahrung als Chips. Ih, der stinkt ja schon. Der Flö. Wir haben keine Badewaner. Tut mir leid, wenn wir in der Dusche. Oh, was sieht der denn aus? Wo ist los? Du darfst danach weiterkochen. Nur der Romo. Was ist los? Aufmuntern. Ganz besondere Schmatzer für die Flöhe. Wir können ja gerne duschen. Aber wir können den nicht duschen. Wir müssen eigentlich baden. Ja, das ist doof. Wir brauchen dringend ein neues Haus. Verdiene dich mal Geld mit deiner Logikfähigkeit hier. Wir wollen uns doch wieder einen Job suchen. Wir kriegen zu wenig Geld. Hier, wir gehen noch Gassi. Wir gehen noch... Liebe spüren, ja! Liebe spüren. Und dann gehen wir Gassi. Ja, ich müsste baden. Mehr Auswahl. Äh, Tierpflege. Spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. Alleine losschicken. Der ist vielleicht noch mal aufs Klo gesollt. Angespannt, weil... Stinkendes Tier. Ja, was soll ich denn machen? Meine Güte. Ja, du kannst aufhören damit, ja? Wir haben nicht erfüllt, was wir erfüllen wollten. Kann der Rumo nicht mal im Meer baden gehen? Das wäre doch was, hm? Hm. Während nicht. Lüfte ihn einfach mal ordentlich aus. Das reicht. Und schon mal hier. Fürs nächste Mal planen. Ach, jetzt ist einfach das hier weiter. Rekorina. Tofutaku essen. Und... Ja, wir kommen unserem Ziel immer näher. 8300 Punkte. Das schaffen wir. Ich hab keine Ahnung, wo wir eine Rakete herbekommen sollen. Aber ob wir das schaffen, erfahren wir in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession, weil diese Aufnahmesession ist jetzt vorbei. Und ich hoffe, ich erinnere mich noch nächstes Mal dran, was ich machen wollte. Ja, jo. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao. farmers, edy